Paula Lambert und Newton Faulkner. Gleich in der Aral-Schmidts-Schule. Helmut Zerlert und die Sky-Burm. Die Sky-Burm. Zwei der zahlreichen Bestseller meines nächsten Gastes, meine Damen und Herren. Eine junge Erfolgsautorin, die sich auch künstlerisch mit dem Thema Sexualität, das für viele von uns die Hauptbeschäftigung ist, auseinandersetzt. Herzlich willkommen, Paula Lambert. Handeln alle Ihre Bücher vom Thema Sex? Da ich nur zwei geschrieben habe. Ach so, das sind die beiden. Ja. Ich dachte, ich hätte mehr von Ihnen gelesen. Ja. Es waren die zwei. Das ist ein schönes Gefühl. Ja? Ja. Das eine ist ein Roman, das andere ist ein Ratgeber. Eine Frau mit Penetrationshintergrund. Ist das ein Titel, den die Leser auf Anhieb kapieren? Nein. Ich fürchte nicht. Es ist einfach die Geschichte meiner Familie. Darum der Penetrationshintergrund. Also wie andere einen Migrationshintergrund haben, haben Sie einen Penetrationshintergrund. Kann man das sagen? Ja, ich beziehe mich da hauptsächlich auf meine Großmutter, die ihre Sexualität nach zahlreichen Geburten erst Ende 60 mithilfe eines jugendlichen Busfahrers für Seniorenreisen kennengelernt hat. Ich habe mich gefragt, warum bin ich geworden, wie ich bin und jetzt weiß ich es. Aber das ist doch nichts Ungewöhnliches, dass ein junger Mann sich in eine wesentlich ältere Frau verliebt. Oder? Das heißt, Ihre Großmutter hatte mehrere Geburten oder sogar Kinder, ohne wirklich Sexualität erfahren zu haben. Orgasmusfrei. Ah, Orgasmus, ja. Ist der Orgasmus für Frauen immer noch das wichtige Thema, wie es früher mal war? Ähm, wow, ich weiß gar nicht, wie alt sind Sie? Wie alt ich bin? 55. Ja. Ähm, ja. Ich habe den Orgasmus bei Frauen eingestellt, weil ich kann das Geschrei nicht mehr hören, würde ich sagen. Das ist, ja, ich kann es mir vorstellen, ich bin auch sehr aufgeregt. Warum? Sie sind ein nationales Sexsymbol. Ja, das stimmt, aber keine Angst, ich fasse Sie nicht an. Schade. Wirklich? Ja, legen Sie so drauf an, sozusagen mit den Gesprächspartnern auch intim zu werden? Ja. Ja. Wirklich? Ja. Und klappt das häufiger? Werden wir sehen. Wer noch? Sie wissen, ja. Wer noch außer Gottschalk? Der hat ja auch keine Sendung mehr bald. Ähm. Wieso auch keine Sendung mehr? So wie ich. Ach so, aber Sie hatten eine. Ich hatte eine, ja. Im ZDF Kultur und die Sendung heißt Im Bett mit Paula Lambert. Ne, Im Bett mit Paula. Ach, Im Bett mit Paula. Wie kann man sich das vorstellen, dass ZDF Kultur überträgt, dass Sie mit jemandem im Bett sind? Genau. Und ich hatte mich gefragt, wie kann man Intimität im Fernsehen herstellen? Funktioniert das überhaupt? Oder sitzt man in einem Studio, in dem es sehr kühl ist, sehr weit auseinander auf unbequemen Lederhockern? Ja. Und darum dachte ich, ich lege mich mit den Leuten einfach ins Bett, dann lassen Sie gleich ein bisschen lockerer. Ja, war das so? Ja, das war so. Mit wem lagen Sie im Bett? Mit ZDF Kulturkompatiblen Menschen. Ja, das würde mich mal interessieren. Wer ist denn das zum Beispiel? Das war Murat Topal, Comedian. Murat Topal, Comedian. Ehemaliger Polizist. Ehemaliger Polizist, Comedian. Ja. Sag mir jetzt nichts. Nils Bokelberg. Nils Bokelberg war mal Autor bei mir im letzten Jahrhundert. Ja. Ja? Und dann ist er bei mir im Bett gelandet. Ja, wie war das? Ganz schön eigentlich. Ja, aber Sie haben nur geredet, oder wie? Mhm. Ja. Würden Sie sich gerne mit einem anderen Thema beschäftigen? Ist die zynische Buchindustrie, die sich auf diese Themen fixiert? Oder? Ich, ähm ... Ich hatte gerade eine wahnsinnig schlaue Antwort. Und jetzt ist sie mir entfallen. Das liegt an mir. Dann sagen Sie doch irgendwas. Was? Ich richte die Frage danach. Nee, ich, ähm ... Es ist einfach ... Aber Sie haben schon diese ... Sie haben schon diese Gesten, diese Verführeristen, diese Verführeristen ... Und so bin ich normalerweise nicht. Wirklich, ja. Aber das ist fast so ein bisschen so ein Weibchenverhalten, wo ich normalerweise sehr böse reagiere. Ja. Und dem Gast auch mal den Popo versohle. Darauf lege ich es an. Wenn Sie das Buch zu Ende gelesen hätten, wüssten Sie das. Wir sind ja in HD, das könnte sich lohnen. Nee, ich ... Ja, wie war die Frage nochmal? Die Frage war, ob Sie vielleicht eher, sagen wir mal ... Ach so. Ja. Nee, im zweiten Buch geht es ja relativ wenig um Sex. Nur am Anfang und am Ende. Das stimmt. Und zwischendrin. Ja. Also ich orientiere mich da an den Bedürfnissen des Marktes. Und das nächste Buch wird darum, weil ich in einem sehr unglücklichen Stadtteil von Berlin wohne, sich um das Thema Beziehungen drehen. Welches ist dieser unglückliche Stadtteil? Prenzlauberg. Weil es nicht klappt mit diesen neuen Beziehungen, oder? Die Männer sind zu waschlappig, ist mein Eindruck, oder? Genau. Und die Frauen sind zu unglücklich, dass sie die Männer dahin erzogen haben. Ja. Und ich komme, um alle zu retten. Ja. Und warum haben sich die Männer dahin erziehen lassen? Das ist ja natürlich die jüngere Generation. Der Männer, Anfang 30, ja. Oder? Ähm ... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Weil Ihre Generation keine anständige Männerbewegung hingekriegt hat. Und was heißt Männerbewegung? Naja, Männer zu lehren, Männer zu sein. Das wäre die Aufgabe meiner Generation gewesen? Ich glaube schon. Aber Sie haben sich hingesetzt, Tee serviert und dicke Wollsocken getragen. Und was haben wir davon? Meine Generation hat Wollsocken getragen und Tee serviert? Äh ... nein. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Mein Vater ist nämlich ungefähr so alt wie Sie. Ja, und der hat das gemacht? Ja. Aber deswegen arbeiten wir jetzt an Ihren Problemen. Aber ... aber ich habe das ... nein, in meiner Generation war man irgendwie noch Western-mäßig drauf. Also man war noch ... man trug noch sozusagen zu enge Jeans und war noch geprägt durch Jack Nicholson. Ja? Im Rollenvorbild. Der ja in Beziehungen auch nicht so erfolgreich war. Äh ... ich glaube, dass alle 600 relativ glücklich waren bei ihm in der Zeit, in der sie funktioniert haben. Ich habe gelesen, er soll einen Berg mit Kokain in der Nachttischschublade ... Ich dachte, wo er mit der Hand reingegriffen hat und gesagt hat, nimm mal, Schatz. Haben Sie das auch erlebt? Mit Jack Nicholson? Nein. Haben Sie überhaupt aufregende Sachen im Sex erlebt oder ist das schreibende Kompensation darüber? Das ist langweilig und handelt nur davon, wie ich mit Leuten im Bett liege und nichts passiert. Haben Sie das Buch gelesen, Herr Schatz? Ich habe es gelesen und ... und ... habe vieles vergessen. Es betrifft Sie ja auch nicht. Warum? Weil es in dem Buch nur um schlechte Liebhaber geht. Ja. Sie glauben, ich bin ein guter Liebhaber? Ich ... das, was ich gehört habe. Im Renaissance-Hotel in Köln? Ja. Ja. Ja.